moin moin meine lieben freunde der volksmusik und herzlich willkommen zurück zur nächsten freunde bum bum flatschflatsch mit den eingeboren so der ist alter ist die modern ex jetzt irgendwie stärker geworden ich habe das gefühl ich habe so ein bisschen das gefühl die ist irgendwie cooler geworden ich muss mal ganz kurz eben bevor ich weiterbau muss ich ein paar eingeborene noch kurz eben erlösen gehen die höhle drei moment ich habe hier gerade echt schwer zu tun macht was spaß die mord ist so ein bisschen leichen schnetzel ich hau auf meine laderne und mein laderne geht kaputt ich bin für es gar nicht so ein immer wieder pinata dazu zu sagen ist ja auch das passt ja okay ich muss eigentlich bei der höhle rein wo die komischen zelte sind das ist drüben richtung schneegebiet auf der anderen seite wie soll ich das feuerzeug ausmachen die warum kalle meint ich soll das ausmachen snacks spiel hallo snacks und sorry falls ich zu spät schreibt bei der arbeit keinen ton das lasse ich jetzt mal einfach so stehen oder ich versuche noch weiter einzugehen mach wieder gerade flüssig als ich wie gesagt mache gerade ein kleines lager für euch hin mir war nämlich ein bisschen kalt außerdem brauche ich ein bisschen knochenrüstung also im laufe der zeit ach ein regenbogen ist das schön was gibt es schöneres als mit blutverschmierten händen am strand zu stehen wo die fallen sind und man schaut einfach zu wie die leichen verbrennen ein süßlicher ein süßlicher duft der verwesung und von verbranntem fleisch liegt in der luft ach wie herrlich hör mal da willst du dich jetzt gerne mit kio auf den strandtuch setzen und einfach mal im sonnenuntergang du wirst jetzt nicht zur tür oder äh was bitte ich dachte die tür geht zu hä wie die tür geht zu du hast jetzt schon ein geräusch gemacht ah ok du meinst jetzt nicht mich äh ne du weißt doch ich bin verwirrt manchmal ne Rusty Ex ne manchmal auch was öfters aber nur manchmal dafür immer öfter so Rüstung aufgefüllt ähm ach ich hätte blöd ich hätte da auch nochmal nen Lizard drauflegen können aber ich glaube auf nen Leichenhaufen kann man kein 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 Easy drauflegen das wäre aber auch wirklich der Gipfel der äh so wo bin ich jetzt in ner Höhle sagt mir mein hat ja gut 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 kann ich bitte den Lappen aufnehmen danke hast du Zeugs dabei um dir ein provisorisches Bett zu bauen zum schlafen oder sowas hm keine Ahnung muss ich mal schauen Moment weil ja doch sollte sich ausgehen ok weil weil du hast es ja bei dir ist es ja wurscht ob es dunkel ist oder hell aber bei mir hier draußen nicht so es ist noch nicht ganz dunkel also du brauchst jetzt noch nicht machen ich gebe dir bescheid wenn wenn soweit ist alles klar schubi dubi du ich habe mir den Timer jetzt übrigens rausgesucht damit ich jetzt auch mal auf die Uhr gucken kann habe es aber wieder vergessen zu drücken es ist super ich habe echt also manchmal ein Gedächtnis das ist ein Traum kann sich glaube ich jedermal ein Stück hier nachschreiben ok jetzt bin ich hier toll perfekt du hast gesagt bis 14.30 hast du Zeit ne Hilfe ich bin verpackt ich kann unter dem Gänsis äh laufen im Wasser also wieder alles wie üblich ja nochmal zu der Frage zurück zu kommen du kannst bis 14.30 oder 13.30 was war das ja ich glaube es wird es vielleicht doch länger gehen weil da kam wieder was dazwischen ok weil ähm wow wie gesagt ich wollte jetzt überlegen wie viele Folgen vor dass wir heute durchziehen am Stück ähm ich glaube das ist die fünfte Folge jetzt oder boah vierte oder ich kann aber ganz kurz eben in der Aufnahmeordner reingucken ähm stimmt tatsächlich erst die vierte Folge du hast recht wenn hast du grad die Möglichkeit äh ja ich bin jetzt wieder bei dir ah was jetzt schon ja ich bin einmal durch die Hölle schon ah ok dann ich kann aber nicht schlafen hier ich kann zum Beispiel kurz mal kurz speichern da 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 heißt ich muss jetzt gleich da lang ne ich weiß es nicht ich habe absolut keine Ahnung Ähm, warte mal, was hatten wir jetzt? Wir hatten noch bis, boah, bis wann hatten wir noch Folge? Bis Montag, ne? Keine Ahnung. Darfst du mich so nicht fragen. Ähm, ja, ich muss mal gucken, wie das aussieht zeittechnisch, weil ich wieder kann. Mal langer Redenplan erstellen. Was meinst du, schlafen? Geht noch nicht. Oh, ich liebe es, dass die dich wieder hochschmeißen können, ey. Oha. Da kommt was angerannt. Dann schlafen. Was, geht es? Nee, geht nicht. Ich kann nicht schlafen. Was? Wo denn? Ah, da. Oha. Die lieben Freunde sind da. Hallo. Ach, mir wäre gar nicht aufgefallen. Ich habe gerade vier Leute zerschnetzelt. Das wäre dir nicht aufgefallen, dass die lieben Freunde... Ah! Guten Tag. Na, du bist aber ein großer. Au. Geht immer noch nicht. Steht noch. Was, immer noch? Das ist ja unglaublich. Am Strand ist übrigens noch ein bisschen Bespaßung. Jetzt ist er weg. Schlafen geht immer noch nicht. Super. Und ich könnte schon wieder was essen. Ich glaube, der Hunger ist schon wieder, äh... angehoben worden oder irgendwie sowas. Ich bin irgendwie nur noch am Hungern. Erstmal dann vergammelte Fleisch drauflegen hier. Äh, ich repariere mal, ne? Werde für dich. Warum kann ich die Sachen hier nicht runteressen? Weiß ich nicht. Weil du sie in die Tasche nimmst, glaube ich. Ja, warum? Weil du es vielleicht gedrückt halten musst, wenn du es direkt essen willst. Ja, mach ich doch, aber geht nicht. Dann kannst du es nur in die Tasche nennen. Ja, aber nur das Verschimmelte. Auch das kann man essen. Sei doch nicht so wederisch hier. Ich kann nichts essen. Tatsächlich gerade auch nicht. Das ist mein Problem. Ja, 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 ja. Geht auch immer nicht. Ich hab mir was Gammliches runtergenommen, hab's aus vorher gelegt. Das kann ich wenigstens essen. Ja, ich renne da mal zurück. Äh, wohin? Ja, zu der anderen Höhle jetzt. Okay. Klappe da hinten. Ich bin am Essen. Das interessiert den Null. So, eigentlich muss ich jetzt nur den Fluss folgen. Komm her. Komm her. Komm her. Komm her. Na? Ich glaube, er mag Foyfoy nicht. Nö. Hast du Angst vor Foyfoy? Kann ich vielleicht den nebenbei laufen lassen? Ja, guck mal. Ist ja ein Kollege, ne? Mit dem bin ich gerade noch rumgelaufen. Jetzt liegt er hier auf dem Feuer. Blöd. Boah. Ich lass mir hier übrigens nichts anschußern. Die haben angefangen. Sag ich auch nicht. Nö. Also, kein Mitleid hier für die Armen, nö. Nö. Ähm. Okay, da ist das böse Cockpit. Was sagt die Uhr? Zehn Minuten. Also knapp elf. Okay. Patsch. Und hopp. Äh, woher jetzt hin? Moment. Ach, ist das schön. Und sprung. Äh, WB, äh, Junior. Ich konnte das doch gerade hier reparieren. Und aus. So. Hör auf, mein Beet kaputt zu schlagen. Was hast du für die Kinderstube? Hast du was gegen Gemüse? Hä? Hast du? Hast du? Hast du? So. Jetzt hat er nicht mehr. Mann, 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 ey. Dankeschön. Bitteschön. Was passiert? Ne, er hat endlich den scheiß, äh, Player wieder ausgemacht. Oh, Musik hören könnte ich auch mal. Moment, gell das jetzt nochmal, wenn ich... Okay, warte, ist das jetzt... Ja, richtig. Ach, nö, du hast du gerade einen weggeräumt. Kommst du, wer die nächste an ihr scheiß hat. Und los. Kommen Sie näher, kommen Sie näher. Schauen Sie sich das Feuer doch mal von nahem an. Wow, es ist... Luster. Ja, hier draußen auch. Oh. Ich stelle gerade fest und ich weiß nicht, ob das Feuer auch schon war. Äh, wenn man jetzt rechtzeitig blockt, werden die im Prinzip zurückgenockt. Ja, weiß ich. Das geht schon sehr lange. Ja, du kennst mein Timing und meine Skills, ne? Du, das gibt schon mindestens 30 Updates. Okay. Oh, ah! Das nächste Mal sagst du mir sowas früher, ja? Dann kann ich das auch anwenden. Dann versage ich vielleicht nicht die ganze Zeit immer. Ähm, bei mir ist das ja Zufall, wenn ich block und auf einmal fliegen die irgendwie so zurück. Also, mehr Glück ist verstanden. Ja gut, kenn ich auch woher. Aber man kann es ja tatsächlich auch... Ähm, hier ist es halt unter Wasser. Ja, dann weiß ich glaube ich, wo du gerade bist. Ich guck mal kurz, ob ich einmal hier... Äh, jetzt... Nicht weiter, wie es aussieht. Schlafen geht immer noch nicht, witzigerweise. Ey, das sieht aus wie eine ganz normale Höhle. Ist es auch. Ist es auch. Typ, 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 typ. Mach mal dann gleich noch eine Folge und dann, ähm... Mach mal arg oder was? Kann man machen. Oh, der Häuptling ist nicht ganz so clever. Der ist nämlich erstmal ins Feuer gelaufen. Äh, kann es sein, dass es hier nicht weiter geht irgendwie? Da geht es nicht weiter. Bei der Höhle, wo ich jetzt bin. Ich schaue es mir doch mal ganz kurz an. Komm. Laming X. Komm, ja, du. Hat sie gerade Jalla gesagt? Die alte jeden. Keine Ahnung. Ich glaube, die fand das jetzt nicht so witzig, dass ich die Männchen da weggehauen habe. Nee. Aber das ist mir egal. Weil, ich fang doch nicht an. Ich habe keinen Grund mehr, hier ein schlechtes Gewissen einreden zu lassen zu müssen von denen, ja? Musst du ja auch nicht. Das sind ja auch eigentlich keine Menschen, das ist ja eigentlich nur Vieh. Ja, auch Kleinfieh macht Mist. Ja, ich mache nämlich auch häufiger mal Mist. Zum Beispiel brenne ich gerade ganz fröhlich von mich hin. Und das ohne mein Verschulden? Ja, ich kann das sogar schon ganz selber, Patrick. Nee, hier ist wirklich nichts. Ey, was ist das für eine Scheiße? Ich habe da schon wieder irgendwas trippeln hören hier. Ach da. Das trippeln mit dem Tripper. Aber bleibst du mal stehen? Mutti! Ich male mir die Uschi rot. Ähm. Was, ähm? Ich lasse das mal so stehen. Alter, die sind so krank. Das, das... Was hast du denn nur für Krankheiten, ey? Da wird doch keiner ran. Moment, geht's hier noch weiter? So, ich hoffe, jetzt ist mal endlich Ruhe. Ach, Tatsan. Moment, kann man hier nicht flähen, Mäuse? Tatsan? Was hat Tatsan damit zu tun? Hier geht's wieder. Hä? Einen hohen Spinom... Ich habe einen hohen Spinom, wenn ich... Nee, warte mal. Hast du nicht. Ich glaube, ich habe nicht mal männlich, oder? Oder? Äh, doch. Du hast ein Männchen. Aber das war ja Level 12. Okay, ich hole mal die Schrollflinte raus. Er ist jetzt... Dankeschön. Ich habe die... Ich habe die olle Mutti hier verschlampt. Äh, links oder rechts jetzt? Alle drei zusammen. Ist tief? Ja. Ne, wir könnten ein bisschen Amore machen und schauen, was dann für ein Spiel ist. wie er rauskommt. Ähm. Ich meine, du hast denn Weib... Ähm, Männchen. Ja. Könnten wir. Ich muss aber jetzt gerade auch echt gestehen, dass mir das Pinot ziemlich egal ist. Ich wollte gestern tatsächlich wieder mal versuchen, äh, zu Agentarbes... Du hattest einen 120er Agentarbes, ne? Hä? Äh, 180er. Ja, Blitz. Äh, wir müssen das nochmal probieren. Ach so, ne, ich muss gleich andere Seite. Weil, ich habe gestern nämlich wieder versucht, ein 179er und 180er miteinander zu vermählen und, äh, daraus ist leider ein 178er geworden. Oh. Vögelchen ist freiwillig ins Feuer geflogen. Das, äh, kommt in den besten Familien vor. Ja, fff. Die Tiere brauchen das ja immer schön warm. Und deswegen flink sie rein und wollen Brathähnchen werden. Ja, ich glaube, ich glaube auch. Ich glaube, der Vogel hatte einfach Räumer. Oh, meine Knochen, ich fliege kurz ins Feuer. Ich, ich gehe mir mal kurz aufwärmen. So, einmal hier rum. Hier rum, laden, Löffelstiel. Jetzt habe ich die ganze Zeit hier in dem blöden, äh, Haus drin gesessen und mich verkämmt. Klappt aber ganz gut, muss man sagen. Hier ist weder was zum Tauchen ohne was zum Tauchen. Was zum Tauchen oder was zum Tauchen? Kennt man. Blöde Sackgasse hier. Schwimm nur Füße rum. Das hört sich an, wenn man nicht genau wüsste, was du gerade machst, ne? Hier schwimm nur Füße rum. Passiert. Ah, ich glaube, ich muss doch... Ah! Ich konnte gerade instant einen Lizard braten. Muss ich wirklich da entlang jetzt? Ah, Mann, ey. Was, nein? Geh nicht ins Licht, wollte sie sagen. Ja, jetzt hat ein Duster, da kann ich nicht ins Licht. Wie lange haben wir eigentlich nochmal so blöd gefragt? Ähm. Minus drei Minuten? Wir haben fast 20. Wir haben 20. Solltest du mal ein bisschen mehr auf die Uhr achten. Ja, ich bin gerade woanders lang konzentriert. Das war Folge 4, ne? Ja. Das heißt, eine müssen wir noch. Ja, nicht zwingen. Das heißt, wir bewegen uns jetzt hier erstmal zum Häusle zurück. Ich hab gespeichert. Und, äh, speichern und bewegen uns mal aufs Dach. Dup, 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 dup. Weil ich denke mal, eine würde tatsächlich noch Sinn machen. Sonst ist das echt blöd, ein bisschen. Haben wir wenigstens fünf Stück fertig. Also für fünf Tage. Gut. Also sehen wir uns morgen in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Alles Gute und Tschüss.